Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Alle Linien. Ah, okay. Hä? Mein nächstes ist Schloss Horst. Soll ich andersrum fahren? Hä? Hä? Bin ich jetzt... Gladbeck Bahnhof Start. Hä? Neu platzieren. Gladbeck Bahnhof. SB 36. Bin ich doch gerade eben auch hinportiert. Also, wie viele Linien sind es noch? Nicht mehr viele, weil irgendwas stimmt nicht wirklich. Man sieht es ja, der Bus funktioniert nicht. Andere Busse funktionieren nicht und keine Ahnung. Ach, hier ist der Einstieg. Ich kotze gleich. So. So. Ja. 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 Hör mich nicht. Linien wechseln. Nein. Inzwischen einem Null. Stornus, 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 Stornus. Linienkurs. Ja, 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 ja. Ich rass dich irgendwie aus. So. Jetzt drehen wir einmal einen Kreis und dann haben wir es aber. Meine Güte. Was ist denn los heute? So. Weißt du schon, welche Map du als nächstes fährst? Nein! Noch nichts mit auseinandergesetzt. Ich möchte ja noch mal ins Omnibus-Forum gucken. Ah, jetzt pikst mich hier gerade irgendwas. Ah! Dreck! Okay. Warum wollt ihr jetzt nicht rein? Ah, weil noch nichts da steht. Schön, schön, schön. Jetzt machen wir es da hin! Danke. Ist das denn so kompliziert? Ja, Schnauze. Schnauze! 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 So, Homeoff. Haha, oh Gott. So. In 8.30 Minuten, das heißt, oben. 10 auf jeden Fall. 12 Minuten. Wow! Ganz ruhig. Ja, der hat sich verbremst. So. Ach ja, geht es denn jetzt endlich mal los? Ja. Ja. Für wir. Einer davon müsste der SB9 Dingens sein. So, tschau. Fahr doch die Map Gärten. Kenn ich dich. Ja, halt's. Aui. So. So. Ich würde ja mal gerne die Diskette hier irgendwie so ein Ding wirklich reinlegen. Das kann man auch irgendwie. Ich weiß nicht mehr wie. So. Ich brauche erstmal eine Schokolade zum Stressabbau. Ja, Schokolade habe ich auch hier. Nur mit Erdnüssen irgendwie drin. Ganz komisches Zeug. Hier, warte. Da. Ach nee, die SP-36. Da dachte ich, habe ich ausgesetzt. Du Sau. Bottrop-Kirch-Hellen fährt der. Hä? Muss ich nicht verstehen. So. Ich muss nochmal links. Der hinterher. Komm, Jung. So, herzlich willkommen zu unserem Livestream-Kanal. Der Extreme geht wie immer am Montag um 14 Uhr. Das ist ja nicht mehr aktuell. Ja, das ist noch von damals. Habe ich nie zugekommen. Lass mich in Ruhe. So, Minus. Ihr wollt mich verarschen, oder? So. Für Gärten braucht man das Hamburg-Add-On. Ja, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. So, muss ich mir nur nochmal neu runterladen, weil das jetzt irgendwann mal gecrashed. So. Der Kollege zieht mir gerade ziemlich kräftig weg. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja. So. Kirchenstraße. Da müssen wir aber nicht halten, weil ich wurde ja auch nicht da drauf geleitet. Auf die Omnibus-Spur-Dingens. So. Zapp, 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 zapp. Zapp, zapp, zapp. So. Sei ehrlich, freust du dich, wenn Erik bei dir ist, V? Irgendwie schon, ja, wird lustig. Wir haben einiges geplant. Beziehungsweise, ich habe einiges geplant. Upsala, was habe ich denn für ein... Uh, so. So. Ja, ich habe einiges geplant. Und ich denke mal, dass das ganz knackele lernen kann. Ah, guck mal. Ah. So. Ah. Hat gerade voll geknackt. So. Wenn die Spongos da vorne jetzt mal weiterfahren würden, Ich mache das Geräusch jetzt auch. Warum fährt die Linie hier eigentlich nicht auf der Busspur? So. Gute Frage, ne? So. Muss mal eben einen Router neu starten. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Ist gleich, hat er gesagt. So. Betriebshof. Gelsen. Gutspeck. Keine Ahnung, was hier ist. Ach, hier ist immer. Ah, okay. Kein Ton. Ja. Ton anschalten. So. Fuck ist der da vorne lang? So. Wir haben es gerade gesehen. So ganz ehrlich weggesackt. Alle die in den Bühr? Ich muss aber gerade aus. Oder muss ich da hinten? Warte mal. Jetzt gucken wir mal gerade was nach. Musiktheater ist das nächste, ne? Ja! Wir haben es gefunden. So. Entschuldigung, dass ich gerade so rumgeschrien habe. Aber das musste sein. Warten wir einfach mal wieder rüber. So. Fahrt hier ran. Ach ja. Jetzt nehme ich mir Tatsache ein Stück Schokolade. Ich muss mich jetzt irgendwie selbst belohnen. Warte mal. Na? Na, 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 na. Na, 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 na. Au, 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 so. Hm. Ich schmilze sofort. Voll mit Schokolade. Hm, man, man, man. Mit Erdnüsse und Karamell und Zucker. So. So. Und Mandel. Boah. Boah, wie der da vorne wegzieht, ey. Die Sau. Ach, du Sau-Arsch. Du bist doch gar nicht auf Linie. Wollen alle zu mir, Bitches. Hä? Auch nicht. Doch. Nö. Ja, wollte jetzt rein. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hoffen, dass der Kollege gleich mal verschwindet. Wenn, dann haue ich ihn gleich mal aus Versehen an. So, sollen wir das mal ganz kurz machen, bevor der mir jetzt hier mal vorfährt. Oder ich überhole ihn einfach ganz dreckig. Wo kann sie denn schön aussteigen, wenn dieser Körper verletzt? Aha, so. Entschuldigung, das musste ich jetzt machen, weil sonst geht der mir hier auf den Sack. Wenn der immer mehr runterfährt. So. Schlimmlein. Sehr schön. Puh. Okay. Upsala. Na, muss ich auch mal nachladen. Gewerkenstraße. Oh mein Gott, wie die funktioniert endlich. Sag dir er und um, sie stürzt ab. So. Kommt schön schnell hier. Hopp. Und weiter geht's. Ah, nee, ich muss auf der Spur bleiben. So. So. Okay, so. 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 Ist da halt Lockhofstraße. Äh. Keiner rein. Aber vielleicht gleich, wenn ich die Zeit vorstelle. Upsala. Wieso war es heftig gebremst. Geht aber. So. 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 Ich passe übrigens jetzt mal das Wetter hier in Omsi an, unser momentanes Wetter an. Warte mal. so sieht es momentan bei uns aus sehr schön jetzt gerade verständigtes wetter also so viel verzögerung ist echt dieses mal nicht drin ausnahmsweise mal es ist jetzt nur super nass grimmstraße das ist hier nur nach einem aber das ist hier nur nach einem riesigen stau aus oder zu fahren weil die sau zieht noch gerade rüber warum so im mond haben einen reinregnet es gerade nicht doch hier rechnitz rücken 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 warte warte krrrrk jetzt ist er wieder drin so 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 Vielen Dank.